Liebes Plapper-Mäulchen, bedenk dich erst ein Weilchen und sprich nicht so geschwind. Du bist wie unsere Mühle mit ihrem Flügelspiele im frischen Sausewind. Achtung, es folgt der Witz des Tages. Uuuuh, der Witz des Tages. Pass auf, Scherzfrage. Was ist der Unterschied zwischen einem VW Golf 6 und einer Rolle Toilettenpapier? Lapp, 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 Scherzantwort, die Rolle Toilettenpapier kann man nicht gebraucht kaufen. Hey, der Tipp des Tages. Denk immer dran, nicht wie Kind sein, sondern freilich. So wie die Chinesen sagen, arbeite immer flöhlich ohne Mullen und Knullen. Und immer dran denken, Arbeit macht flöhlich. Wuhu, flöhlich, nicht wie Kind. Na, guck mal, der gibt dem jetzt ein Küchchen. Muuu, und alles wird gut. Schönen Tag und zu draußen. Tschüss. Achtung, es folgt der Witz des Tages. Uuuuh, der Witz des Tages. Passt auf, Scherzfrage. Was ist der Unterschied zwischen einem VW Golf 6 und einer Rolle Toilettenpapier? Lapp, Lapp, Lapp. Scherzantwort. Die Rolle Toilettenpapier kann man nicht gebraucht kaufen. Hey, der Tipp des Tages. Denk immer dran, nicht wütend sein, sondern fröhlich. So wie die Chinesen sagen, arbeite immer flöhlich ohne Mullen und Knullen. Und immer dran denken, Arbeit macht flöhlich. Flöhlich, nicht wütend. Nein. Guck mal, der gibt dem jetzt ein Küsschen. Und alles wird gut. Schönen Tag euch da draußen. Tschüss. Mh, ist das lecker. Mh, ist das lecker. Mh, yum, 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 yum. Mh, yum, yum. Der ist da, ich will nichts. Nein? Nein, gerade nicht. Ach. So, leider gehört dieses köstige Stück nicht mir allein, sondern wir teilen uns das. Oder ist einer müde? Ja, ich bin auch müde. Ich wünsche eine gute Nacht und guten Appetit. Mh, Frankfurter Kranz. Mh, mh. Ja. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Nein, das ist so schön. Die Musik ist sogar fast meine Kopfschmerzen. Oh, wie schön. Was, extra Müll für mich? Mh, ist aber nett. Da hat der Papa sich allergrößte Müll mitgegeben. Oh, hat er da auch Apfel reingemacht? Mh. Mh, geil. Ja. Den soll ich früher kriegen weg. Ich bin auch gleich. Ich muss eben direkt mal was von auftischen. Jens, daneben hast du einen extra... Ja, tu dir mal was. Ach so, ja. Ja, sehe ich jetzt. Obwohl, nee. So geht's einfacher. Was hast du denn jetzt? Ja, das ist doch gut. Mein Gott, so geht's einfacher. Für uns geht alles auf einem Teller einfacher. Für die Mama auch. Ja. Und der Papa hat seinen Schusschen auch noch nicht befüllt. Obwohl es direkt vor ihm steht. Ich esse ihn halt dabei. Mh. Ach so. Mit dem Mandivien-Salat hast du dich aber heute übertroffen. Hat er dich gestern schon mit übertroffen? Nee, vorgestern. Ja? Ja. Ist der auch so lecker? Mh. Mh. Mir schon. Ja? Ich habe nur einen nervösen Magen heute Abend. Erinnerst du dich noch an die Zeit früher, wo der Papa sein Schnorres im Gesicht hatte? Ja. Wenn der dann Salat gegessen hat, sah der immer aus wie ein Nährschwanzchen. Nährschwanzchen. Wohl? Mh. Weißt du noch? Ja, vor jedes Ende. So. Ich wünsche guten Appetit. Sag Dankeschön fürs Zubereiten. Lecker, lecker. Ja, ich habe jetzt die Tabletten hingeschafft. Den ist er jetzt nur noch. Der hast du doch schon genommen, oder nicht? Nee, ich habe jetzt keinen Nerv viel zu reden. Ich bin schwer genervt. Oh. Ja, das ist nicht gut.